Jogile – Überraschendes Geständnis zu Weihnachten Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der jeder endlich einmal zur Ruhe kommen und das Jahr Revue passieren lassen kann. Deswegen freut sich Jogile auch besonders auf diese Zeit. Als Bundestrainer ist er ständig unterwegs und kaum zu Hause. Fußball ist nicht nur mein Job. Es geht mir leicht von der Hand, sagt er zwar. Doch auch er braucht irgendwann einmal eine kleine Auszeit. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen Zeit, Ruhe und Muße gerade an Weihnachten, gibt er gegenüber das neue Blatt zu. Das Jahr hat ihn offenbar ziemlich ausgelaufen. Da kommen ein paar freie Tage gerade recht. Aber noch wichtiger als Ruhe und Entspannung, sind eben die Menschen, mit denen er Weihnachten verbringen möchte. Ich wünsche mir nette und liebe Menschen um mich herum. Menschen, mit denen ich über das Jahr hinweg wenig zusammen bin, so Jogile. Da ihn sein Job komplett einnimmt, ist die Zeit mit seiner Familie umso kostbarer für ihn. Dazu gehört auch seine Ex-Frau Danila, die ihm trotz Trennung immer noch sehr wichtig ist. Wir stehen uns weiterhin sehr nah, betont er selbst. Vielleicht gibt es dieses Jahr unterm Tannenbaum sogar ein liebes Comeback, wenn Jogi sich endlich wieder mehr Zeit für sie nimmt?